Wer ist reicher? Batman oder Iron Man? Boah, Iron Man hat hier so ein ganzes Gebäude für sich, deswegen würde ich mit Iron Man gehen. Ist doch korrekt. Dagobert Duck oder Mr. Monopoly? Mr. Monopoly hat halt ein paar Immobilien. Gibt es Mr. Monopoly? Das ist so falsch, Junge, der hat fast 6 Milliarden mehr. Mr. Krabs oder Dr. Doofenschmerz? Dr. Doofenschmerz, der hat doch kein Cash. Mr. Krabs, Junge, der hat die Moneten. Ja, ist falsch. Elon Musk oder Saudi-Prinz? Also auf der Inoffiziellen ist es, glaube ich, der Saudi-Prinz, so, ne? Was die da hinten schieben. Offiziell Elon Musk. Offiziell ist ein Meilen weit von dem entfernt.